Was zur Hölle heißt das? Sie finden meine Reservierungen nicht. Was sind Sie, ein Vollidiot? Mr. Crush, worin besteht denn das Problem? Dieser ganze Laden hier ist einfach nur scheiße. Mögen Sie Schokolade, Sir? Weg, jetzt. Ich will kein einziges Wort mehr von diesem Millennium-Bug-Unsinn hören. Und in sowas wollen Sie einen Koffer backen? Banken, die kollabieren oder sogar Flugzeuge, die vom Himmel fallen. Sie könnten den Inhalt auf verschiedene Saves verteilen, oder? Das ist alles da. Er hatte immer ein Problem, sein Geschäft im Schnee zu verrichten, schon als Baby. Na los. Scheiß, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Pünktlich um acht werden sehr viele wichtige Personen an unseren Tischen speisen. Er ist ein großer Star. Er hat in hunderten Filmen gespielt. Sex, Odyssee, Spermator. Ich will, dass Champagnerbläschen Ihnen aus den Nasen und Ohren sprudeln. Oh mein Gott! Ich berühr das Scheißfee nicht mal mit der Kneifzange. Mitternacht werde ich Sie alles verlieren. Die Computer der ganzen Welt stehen kurz vor einem Crash. Morgen Abend werden wir zwei der reichsten Männer auf dem Planeten sein. Weiß jemand, wie man mit einem Pinguin umgeht? Hände weg von den Fischen! Dies wird Ihre absolute Diskretion verlangen. Etwas Schlimmes? Oh ja. Mein muss es während des Feuerwerks erledigen. Exzellent. Schlimmes? Oh! Sir? ARD Text im Auftrag von Funk